Die Preise im Lebensmittelhandel steigen immer stärker. Laut Statistik aus der Schnellschätzung soll die Teuerungsrate für April bei 7,2% liegen. So hoch war sie zuletzt vor 41 Jahren. Besonders stark betroffen sind davon Milchprodukte. Butter beispielsweise stieg innerhalb eines Jahres um 21%, Frischmilch um 12,1%, Frischkäse um 9,8%. Es wird bald noch teurer, warnt die Nömm, die zweitgrößte Molkerei Österreichs. Molkereien müssen für ihre Rohmilch derzeit um 30% mehr bezahlen. Ein Insider erzählt im Gespräch mit der Tageszeitung Österreich, dass diese Kosten wohl fast 1 zu 1 an den Kunden weitergegeben werden. Eine saftige Erhöhung soll also noch Anfang Sommer kommen. Besonders deutlich dürfte der Anstieg bei Käse und Butter werden. Für ein Kilo Butter sind etwa 20 Liter Rohmilch nötig, pro Kilo Hartkäse 15 Liter. Schuld sind hier vor allem die steigenden Energiepreise. In Deutschland kündigt der Milchindustrieverband bereits Preissteigerungen von durchschnittlich 25% an.